Warum betet man manche Gebete leise und andere laut? Weil uns so, dass die Religion vorgegeben hat. Es gibt Sachen, Achil Karim, diese sind so von der Religion uns gegeben worden. Zum Beispiel Maghrib, drei Raka. Warum nicht fünf Raka? Um Kaaba läufst du wie viel Mal? Sieben Mal. Aber es gibt andere Sachen, da haben wir zum Beispiel die Weisheit dahinter erfahren. Aber Sachen, die jetzt Ibadah sind, da kennen wir die Weisheit nicht. Da folgen wir dem, was uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam beigebracht hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.